Der Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Der Arbeiter heißt Arbeiter, weil er arbeitet. Würden die Arbeiter was unternehmen, müssten die Unternehmer arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du, ich, du, ich, 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 ich. Ich bin ein Killer, der im Hoodie steckt. Die Dogs sind verrückt nach meinen Tracks. Jede Line ist wie ein Scooby Snack. Ich trag kein Gucci-Hepst, aber es erstör Rapper auf Beats von Cookie Pep und zäuber die Zähne wie Cookie, denn die Fotze deiner Mutter sieht aus wie ne Scheibe Fleisch. Dass ich nicht der Beste bin, dafür gibt es kein Beweis. Wenn ich bitte, werden Schwarze weiß wie bei Iron Sky. Ich bin ein Mix aus Iron Chique, Iron Man und Iron Mike. Deine Freundin ist so ein Junkie-Vibe, aufgrund der Einstiche dachte ich, dass sie Zangief heißt Ich hau der Bitch eine runter, guck in den Spiegel, sag mein Name und dann fick deine Mutter Wenn Opfords und Metal antreten, schieß ich sie mit zwei Punches auf dem Frettenplaneten Seit dem Leben auf dem Mars Menschen, ich hab mehr Leute auf dem Gewissen als Charles Manson Untertitelung des ZDF, 2020